Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schon bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Match-Tower-Guide. Heute soll es um den Frost-Match gehen und dazu war ich jetzt mittlerweile auch in der Lage, die Challenge einmal abzuschließen und ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, bzw. wir wollen uns die Skillung angucken, die Consumer-Biss, Verzauberungen und natürlich dann auch den aktuellen Kampf. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Zum Anfang hier einmal, was gibt es als Belohnung? Erstmal das Set, das ich hier mit dem Magier anhabe, das ist quasi das T20-Set, bloß in einer neuen Farbgestaltung. Das gibt es dann quasi als Belohnung, wenn ihr mit einem von den 3 Skillungen den Mage-Tower als Magier abgeschlossen habt. Habt ihr alle 7 Mage-Tower-Challenges abgeschlossen, dann gibt es noch dieses Buch-Mount hier, das ist auch ganz nett. Da braucht ihr dann aber halt noch ein paar mehr Klassen als den Magier, heißt, da müsst ihr dann auch mit anderen Klassen ran und die anderen Challenges quasi abschließen. Jetzt schauen wir uns einmal an, was für ein Gear und was für eine Skillung ich mir geholt habe. Erstmal zum Gear. Ich habe mir, wie auch schon bei den anderen Mage-Challenges, quasi hier ein Stoff-Gier gebaut. Das ist vom Schneider in MOP herstellbar. Das kann man dann mit einem Item, das auch der Schneider basteln kann, vom Item-Level ein bisschen erhöhen. Auf Item-Stufe 54 und das sind immer diese hergestellten PvP-Items. Der Vorteil an diesen Items ist, dass ihr a, erstmal so ein bisschen die Stats aussuchen könnt und b, ihr könnt da noch Sockel reinbasteln. Ihr seht, da sind einige Sockel auf diesen Items drauf und dementsprechend habe ich mir da halt fast an allen Slots diese Teile gebaut. Ich habe hier hauptsächlich Int reingesockelt und wie ihr seht hier auch einen Meta-Stein mit Int und prozentual mehr Crit. Das sind nämlich drei Int und drei Prozent mehr Crit haben wir hier. Und auf den anderen Sockel-Slots habe ich überall Intelligenz gesockelt, einfach weil ich das Gear für alle drei Challenges hergenommen habe. Also für Feuer, Frost und Arcan und dementsprechend brauchen die alle verschiedene Stats. Und da habe ich mir gedacht, komm ich hau einfach Int rein, das wird das Beste für alle sein, wenn ihr das Fett für alles hernehmen wollt. Es gibt hier auch noch größere Sockel, also ich habe drei Int gesockelt. Es gibt auch noch vier Int-Sockel und zwei Sockel könnt ihr nur einmal reinsockeln. Und zwar es gibt einmal einen 6 Int-Sockel und einmal einen 7 Int-Sockel. Hier seht ihr auch nochmal die Namen. Leviat-Auge der Intelligenz haben wir hier einmal und dann haben wir hier Kraken-Auge der Intelligenz. Die könnt ihr halt nur einzigartig einmal reinsockeln. Soweit zu den Items. Dann habe ich mir an den Ringslots bzw. am High-Slot könnt ihr die aktuellen Juve-Items bauen. Die haben auch jeweils einen Sockel, könnt ihr euch auch die Stats aussuchen. Wenn ihr noch alte Legendary-Items habt, könnt ihr auch die nehmen. Die haben nämlich auch immer einen Sockelplatz. Die Effekte von den Legendary sind übrigens deaktiviert, also das bringt euch nichts. Von der Waffe habe ich einfach meine ganz normale Shadowlands-Waffe genommen mit dem Magier. Eine andere hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe die mit himmlische Führung verzaubert. Die Ringe hatte ich mit Versa hier verzaubert, wobei das glaube ich nicht das Bessere ist. Das hatte ich noch von der Arcan-Challenge. Werden wir uns gerne mal bei den Stats angucken. Was anderes ist vielleicht ein bisschen besser. Ich hatte Primärwerte auf der Brust und Ausdauer und Lebensraub auf dem Rücken. Zu den Trinkets. Ich habe mir einmal das Inji-Trinket hergestellt, diesen Geister-Drachling. Und ja, hier habe ich dann einmal Crit und zweimal Tempo reingesockelt. Das sind so bestimmte Inji-Sockel, die kann der Inji herstellen. Kannst du aber auch als Non-Inji quasi reinsockeln und auch das Schmuckstück tragen. Also, da müsst ihr kein Inji für sein. Macht relativ gut Damage. Kann ich nur empfehlen. Das Problem ist, ich habe leider kein anderes gutes Trinket bekommen. Ich habe ein bisschen was gefarmt. Was eine gute Alternative ist, wo ich leider nicht das Drop-Glück hatte, ist das Iskar-Trinket. Dieses bekommen wir einmal aus Warlords of Draenor. Und zwar der Höllenfall-Zitadelle. Und dann von dem Boss Iskar. Und der droppt dann ein nettes Trinket. Warte mal, machen wir mal hier nur den Magier rein. Wo haben wir den Magier da? Genau, das ist quasi dieses Trinket hier. Das macht extremen Schaden. Ich hatte das bei meinem Hexenmeister bekommen und habe das eigentlich in jeder Challenge benutzt. Macht super Damage. Wenn ihr das kriegt, holt euch das. Was ich sonst auch noch empfehlen kann, ist das Kapsel-Trinket. Bei der Frostmagier-Challenge habe ich es nicht gespielt, weil ich nicht dazu gekommen bin, das irgendwie sinnig unter den Boss zu legen. Prinzipiell wäre das aber auch nicht schlecht, um noch ein bisschen Damage rauszuholen. Jetzt habe ich halt einfach mit dem Drachling gespielt, also mit dem Inji-Trinket. Und mit irgendeinem, was ich jetzt noch hatte, das ist das Courtier. Das ist ziemlich kacke, das Trinket, aber ich hatte nichts anderes. Und ja, damit hat es auch funktioniert tatsächlich. Gut, soweit zu dem Gear. Dann schauen wir mal mit den Stats. Ich habe hier auf WoW, wir hätten mal was rausgesucht. Und zwar, man soll eigentlich am besten auf Int gehen. Deswegen habe ich auch Int gesockelt. Dann als nächstes auf 21% Crit. Dann als nächstes auf Haste und danach auf Versa. Und dann geht es wieder auf Crit bis 33%. Ich war, glaube ich, im Mage Tower mit 22% Crit drin gestanden. Und das hat soweit gepasst, ja. Also das ist halt wirklich nur zum absoluten Min-Maxen. Okay, soweit dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Skillung an. Ich habe mit Knochenkälte gespielt, Flimmern, Rune der Kraft, Kältereaktion, eisige Winde, dann gefrierender Regen und thermale Leere. Das zu der Skillung. Dann zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit großes Fläschchen der unendlichen Tiefen. Dann einmal mit einem Schattenkernöl. Dann einmal mit einer Verstärkungsruhne. Und dann habe ich hier das Tempo-Foot genommen. Weil, wie gesagt, ich war ja mit dem Crit schon über 22%. Deswegen das Tempo-Foot. Und dann, ganz wichtig, Trank der ungezügelten Wut. Der macht nämlich tatsächlich am meisten Schaden. Und ja, sonst haben wir ja... Rolle brauchen wir nicht, weil wir haben ja selber Int dabei. Und Drums brauchen wir auch nicht, weil wir haben ja selber unser HT dabei. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit mit dem Vorgeplänkel durch. Gucken wir mal einmal in den Fight rein. Beziehungsweise eins sollte ich noch erwähnen. Ich habe hier noch einen Heiltrank dabei gehabt. Und zwar ist das, glaube ich, der aus BFA. Psychischer Heiltrank, schimpft sich der. Da kriegt ihr quasi die meisten, also die meiste Heilung aus eurem Heiltrank raus. Dann hatte ich noch eins von Makros. Die kann ich euch auch noch zeigen. Die braucht ihr nicht unbedingt. Die haben mir einen Ticken geholfen. Ich habe hier ein Makro mit Showtooltop. Stop Casting, Cast Verwandlung. Ich habe das kein einziges Mal genutzt. Das ist so ein Notnagel. Man kann nämlich hier einen von den beiden Bossen cc'en. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ich wollte es euch bloß zeigen. Ich habe es nicht genutzt tatsächlich. Und dann habe ich mir noch ein Makro gemacht für CDs. Da habe ich mir einfach meine eisigen Adern, einmal Zeitkrümmung und mein Trank auf ein Makro gebeindet. Und das war es eigentlich an Makros, die ich verwendet habe. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Fight an sich an. Und das hier müsste mein Killtrial sein. Zu Start haut ihr euch einfach euren Food rein, eure Flast und beschwört euch quasi den Frost Elementar. Und hier ist es jetzt so, dass die NPCs am Anfang erstmal ein bisschen quatschen. Hier könnt ihr ein bisschen was vorbereiten. Wir wollen uns am besten möglichst weit in die Ecke stellen, denn wir haben am Anfang erstmal den Milimob, gegen den wir kämpfen können. Also wir haben einen Custom Mob, der ist in der Mitte und einen Milimob. In der ersten Phase kämpfen wir nur gegen den Milimob. Was kann der Milimob? Nicht sonderlich viel. Der läuft euch einfach nach und wird immer schneller, umso länger ihr braucht. Und wenn er euch erwischt, dann one-shottet er euch. Heißt, ihr solltet nicht von ihm erwischt werden. Ihr könnt am Anfang hier einen Frostregen hin basteln. Ihr werdet nach 1, 2, 3 feststellen, immer wenn er sagt, ich gehorche, dann wird er gleich angreifbar. Na, habe ich den Frostregen ein bisschen spät hingestellt. Frostregen rein, eine Orb drauf, eine Rune casten und dann einfach nur ein paar Frostzauber auf ihn bücken. Ihr müsst hier nicht optimal auf ihn drauf DPSen und ihr solltet keine Coulons ziehen, denn die Coulons wollt ihr in der zweiten Phase benutzen. Ihr seht, wir können ihn frosten. Ihr könnt ihn sowohl frosten mit eurer Frostnova als auch die mit einem Pet. Ich würde euch empfehlen, euch zwei Petzauber in die Leiste zu ziehen. Und zwar, ich habe einmal das Frosten vom Pet in die Leiste gezogen, mir gebeindet. Und dann gibt es einen Befehl, dann kann man das Pet auf eine Position schicken. Diese beiden Sachen würde ich euch empfehlen, aus der Pet-Leiste rauszuziehen, euch unten in eure Leiste zu ziehen und zu beinden. Ihr könnt es wahrscheinlich aus der Pet-Leiste beinden, wenn ihr wollt. Ich habe es halt lieber so gemacht, weil ich da meine Beine schon habe und es dann nicht umstellen muss. Den Typen wollen wir jetzt auf 33% bringen. Und ihr seht, am Anfang habe ich ihn gut runter DPS und jetzt haue ich nur noch den Frostblitz drauf und haue ihn langsam runter. Denn ich will diese Procs, die wir haben für Instant-Zauber, will ich nicht auf den Mob hauen, sondern will ich mir sparen, dass ich jetzt full DPS auf diesen Boss hauen kann. Ihr seht, bei 33% wird er inaktiv und reckt sein Leben langsam wieder hoch und greift uns nicht mehr an und der Mage wird aktiv. Das Ganze geht so 30-45 Sekunden Pi mal Daumen. Wichtig ist jetzt, sobald der inaktiv wird und der andere aktiv wird, dass ihr sofort eure Makro zieht. Und dann haut ihr euren Pot, eure Flask rein, äh, eure Pot rein, euer HT und diese eisigen Adern, dann kriegt ihr ja so eine schöne Rune und dann volle Lotze auf den Boss durchzieht. Ich hau da auch meine Orb drauf und ganz wichtig ist, dass ihr immer den Frostregen hier reinkastet, denn hier kommen kleine Ads, die laufen euch zu und wollen euch damagen. Und wir wollen mit diesen Ads immer wieder über den Regen unsere Kugel triggern und dann möglichst viel Schaden auf ihn machen. Also wir DPS'en diese Ads nur passiv und wollen halt gucken, dass wir da die Procs generieren. Und jetzt zwirbeln wir richtig auf dem Typen durch. Am Anfang, die ersten paar Tries, habe ich den Typen gerade mal auf 80% runtergebracht in der ersten Damage-Phase. Ich habe das am Ende so halbwegs perfektioniert, ich bin kein Main-Magier-Spieler, also ich spiele den ganz, ganz selten, aber ich habe den jetzt hier auf 50% runtergebracht oder sogar unter 50%, das ist sehr gut. Also wenn ihr so weit runterkommt, dann seid ihr schon auf der glücklichen Seite, würde ich mal behaupten. Und sobald er quasi sein Leben vollgereckt hat, wie gesagt, es sind so 30, 40 Sekunden rum, habt ihr da Zeit, ist es so, dass der Magier wieder inaktiv wird, den könnt ihr nicht angreifen und er ist wieder aktiv. Und ihn müsst ihr jetzt wieder runterbringen auf 33%, dass ihr den Magier wieder angreifen könnt. Und jetzt ist es so, dass er eine neue Fähigkeit kriegt. Also er läuft euch immer noch nach und wird schneller. Ihr seht hier diesen Stack, umso länger er braucht, umso höher geht der Stack und umso schneller wird der Typ. Und das neue Fähigkeit hat er, dass er alle paar Sekunden so Hände beschwört. Und diese Hände, die haben so 5000 Leben, 5700 seht ihr, und die casten einen Cast. Und wenn ihr so Cast durchkommt, dann gibt es eine große Explore und ihr kriegt etwa, also naja, ihr werdet nicht ganz gewonnen shottet, aber es macht etwa 95, 96% eures Lebens. Also wenn ihr nicht komplett voll seid, werdet ihr gewonnen shottet. Und diese Hände könnt ihr interrupten. Das ist auch essentiell, dass ihr die interruptet. Alternativ könnt ihr natürlich auch in den Block gehen, wenn ihr seht, oh kacke, es reicht mir nicht mehr aus, ich hab den Interrupt vielleicht schon rausgehauen oder ich hab interrupted und hab dann trotzdem nicht genug Damage draufgekriegt. Und sie casten ein zweites Mal, also sie fangen dann wieder an zu casten. Dann müsst ihr in den Block gehen. Nebenbei habt ihr den Typen noch. Und wenn ihr noch diese kleinen Ads von dem Caster habt, dann lauft ihr euch auch nach. Im Optimalfall wollt ihr diese kleinen Ads von dem Caster-Mob nicht töten, weil umso mehr Mobs ihr habt, umso schneller könnt ihr immer eure Frostkugel wieder triggern und kriegt dann instant Frostregen. Und damit könnt ihr den Typen richtig gut wegslonen. Also eigentlich wollen wir möglichst diese Ads nicht töten, weil dadurch kriegen wir einen Dauerslow und das ist wesentlich angenehmer zu spielen und einen Haufen Procs und so. Also die Ads wollen wir eigentlich in Möglichkeit am Leben lassen. Ihr seht, der Typ ist jetzt wieder runtergehauen, reckt sein Leben hoch, wir können wieder auf den Magier gehen. Und jetzt ist es so, dass quasi wieder die erste Damage-Phase auf den Magier aktiv ist, aber er bekommt auch eine Fähigkeit dazu. Und zwar dieses Loch hier. Das Spawn ist relativ groß, am Anfang wird immer kleiner. Das muss gesaugt werden, da könnt ihr euch reinstellen oder es kann sich euer Pad reinstellen. Und wir haben ja diesen Befehl, dass wir das Pad an eine Position schicken können. Und das Einfache ist, wir können mit dem Pad diese Voidzone soaken. Wenn ihr die nicht soakt, dann spawnt da ein riesen Ad raus. Und dieses Ad, wenn es an euch rankommt, dann one-shottet euch das auch. Also wenn ihr diese Soakfläche verkackt, dann ist eigentlich schon fast rum. Ihr könnt es zwar in eine Frostover packen, aber ihr müsst ja die anderen Mobs auch alle kontrollen. Also wenn das verkackt wird, dann wird es schwer, den Kampf noch zu schaffen. Also das solltet ihr auf keinen Fall verkacken. Und jetzt ist es so, dass wir sowohl den Melee-Mob aktiv haben, als auch den Caster-Mob. Und beide Fähigkeiten oder beide Zusatzfähigkeiten von diesen Gegnern. Also heißt, wir haben die Hände, die müsst ihr zerstören und interrupten. Ihr habt den Soak, den ihr machen müsst. Aber wie gesagt, das könnt ihr, wenn ihr guckt, schön immer mit eurem Pad machen. Und jetzt ist es so, ihr könntet auf den Melee-Mob gehen. Wenn ihr den runterhaut, müsst ihr ihn diesmal nicht auf 33% hauen, sondern ihr müsstet ihn auf 0% hauen. Dann ist er auch komplett tot, aber der Caster-Mob in der Mitte geht in Enrage und macht 500% mehr Schaden. Das wollt ihr nicht, weil als Magier könnt ihr euch nicht sonderlich gut heilen. Deswegen wollen wir einfach nur auf den Caster-Mob durchziehen. Deswegen ist es auch in der ersten Damage-Phase so unerlässlich, dass ihr möglichst viel Damage auf ihn draufbekommt. Denn wenn ihr ihn am Anfang nicht möglichst weit runterhaut, habt ihr einfach die Problematik, dass ihr ihn dann am Schluss nicht mehr rechtzeitig killt, bevor der Melee-Mob zu schnell wird und ihr ihn einfach nicht mehr genug slown könnt. Und ihr habt so ein bisschen gesehen, ich habe am Ende vor allem diese Ads überhaupt nicht DPS, nur den Caster-Mob DPS und halt die Hände und diese Ads dazu benutzt, dass ich immer wieder die Orb reinhauen kann, dadurch den Proc bekommen mit dem Frostregen und sowohl die Ads als auch komplett den Melee-Mob damit wegfrosten kann. Sonst hätte ich zwischendrin auf den Melee-Mob immer noch schießen müssen, den slown und da reicht es irgendwie von der Zeit nicht. Der ist hier in der Frostmatch-Challenge wesentlich schneller als in der Challenge von der Eule bzw. vom Hexenmeister. Die hatte ich ja auch schon gespielt, gibt es übrigens auch einen Guide zu beiden. Und dementsprechend wollt ihr eigentlich gucken, dass ihr möglichst den Frostregen die ganze Zeit auf den Mobs draufhauen könnt. Und wie gesagt, Melee-Mob und Ads soweit ignorieren, ihr müsst nur den Caster töten, dann habt ihr die Challenge fertig und habt quasi das abgeschlossen. Also sowohl die Ads als auch den Melee-Mob müsst ihr eigentlich nicht töten. Gut, das waren eigentlich soweit die Infos, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wie gesagt, mein Key zum Schaffen der Challenge war einfach, dass ich in der ersten Damage-Phase den auf 50% gebracht habe. Und da müsst ihr, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach den Melee-Mob nur noch ein bisschen mit Frostblitz behaken und quasi eure Procs für den Boss aufsparen, dass ihr den sofort runter-DPSen könnt. Also das hat mir vor allem um einiges geholfen, den Encounter leichter zu machen. Gut, das waren eigentlich soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.